Heute geht es richtig zur Sache. Wir haben heute ein sowas von saftigen Umbau vor und ein bodenlos gepflegtes E-Bike. Das schauen wir uns an. Cube Stereo TM. Die Kette ist einfach komplett hinüber. Der komplette Antrieb ist hinüber. Schaut euch diese Schande an. Um dieses schöne Bike geht es heute. Ja gut, schön ist hier nicht mehr viel. Um den Kunden etwas zu verteidigen. Warum sieht das Fahrrad so miserabel aus? Wir gucken es uns gleich noch im Detail an. Der Kunde ist natürlich hier, du siehst es überall noch, richtig schön im Salz gefahren. Dem Kunden war aber schon klar, dass er das Ganze komplett umbauen lassen will bei mir. Und deshalb hat er dann gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, da noch irgendwie Zeit reinzustecken. Hat es einfach in die Garage gestellt und dann war gut. Das passiert, wenn man das Ding nicht pflegt. Genau, was machen wir heute? Wir werden das Ding komplett umbauen. Ich zeige euch gleich noch, welche Teile reinkommen. Und ich denke, es wird ein zweiteiliges Video. Ja, viel Spaß. Let's go. Die Kette ist wirklich komplett hinüber. Also hier man sieht richtig schön den Rost drauf. Es ist überhaupt kein Öl mehr drauf. Das ist einfach nur noch gerostet. Ich glaube auch nicht, dass wir die Kette hätte noch retten können. Die ist auch verschlissen. Die Kassette hinten hat auch überall Roststellen. Das Bike wurde ja auch schon gut gefahren. Und wie gesagt, also die Verschleißteile müssen gemacht werden. Es kommt eine neue Kassette drauf. Es kommt eine neue Kette drauf. Es kommt ein neues Schaltwerk ran. Es kommt ein neues Kettenblatt ran. Es kommen neue Kurbelarme ran. Also der Kunde hat hier durchaus richtig Bock, aus dem Ding eine geile Hütte zu machen. Und ich freue mich natürlich, dass ich das Ganze für den Kunden umbauen darf. Auch die Bremsscheiben werden ersetzt. Bisschen schade, die MDRP-Scheiben leicht angerostet. Wobei das wahrscheinlich beim Fahren einfach wieder weggehen würde. Ja, ansonsten würde ich sagen, werfen wir jetzt mal auf den Blick in die Kundenkiste, was da noch alles so auf uns zukommt. Was möchte der Kunde alles haben? Also grundsätzlich, der Kunde hat nicht nur ein Fahrrad hier, sondern noch zwei andere, die auch zum normalen Service da sind. Und die müssen wir uns dann natürlich auch noch kümmern. Und wir müssen an dem einen Bike die Pedalen und den Sattel abmontieren, weil der soll dann auf diese. Da müssen wir dann dran denken. So, okay. Also gut, ich meine, normaler Service ist klar. Der Kunde möchte diesen Lenker verbaut haben. Eine Carbon-Fettbar. Wir werden ihn halt einfach umbauen, das ist jetzt das kleinste Problem. Dann haben wir Sattelstütze, Dropper kommt raus. Hier möchte er von RockShox bzw. Sram, je nachdem, die AXS-Sattelstütze verbaut haben. Nicht ganz kostengünstig, aber ich persönlich finde, es ist sehr geil, weil du hast halt nicht diesen blöden Remote und diese Leitung durch den Rahmen. Aber vom Preis her finde ich es halt zu teuer. Also ich würde es mir jetzt in meins nicht reinbauen, weil es mir einfach zu teuer ist. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist es mir nicht wert. Aber gut, wenn es einer haben möchte, warum nicht? Es ist ja eine coole Sache. Der nächste Karton von Sram, die elektronische Schaltung kommt dran, GX. Tatsächlich wollte der Kunde ursprünglich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber ich habe ihm wärmstens empfohlen, eher die GX an sein E-Bike zu bauen, weil die Belastung am E-Bike aufs Schaltwerk trotzdem um einiges höher ist als auf einem normalen Bike. Und die GX ist eigentlich eine sehr robuste Gruppe und vor allem deutlich preisgünstiger. Und die noch teure Gruppe würde ich wahrscheinlich nur dann kaufen, wenn ich Gewicht sparen will. Und das ist am E-Bike, können wir uns eigentlich sparen. Genau, dann haben wir noch ein neues Kettenblatt. Da werde ich dann später auch noch was zu sagen zu den verschiedenen Offsets. Ich habe eher extra mal zwei in die Kiste rein mit zwei unterschiedlichen Offsets, dass ich euch das auch mal zeigen kann. Was da eigentlich der genaue Unterschied ist und warum man nicht einfach jedes Kettenblatt an diesem Motor fahren kann. Genau, dann haben wir hier noch zwei neue Kurbelarme. Die möchte er, glaube ich, einfach aus optischen Gründen auch die neuen GX-Kurbelarme aus der Transmission-Serie. Die gibt es ja auch fürs E-Bike. Dann haben wir eine nagelneue GX-Kassette. Macht auch Sinn am E-Bike, weil wir wollen den Verschleiß trotzdem irgendwie beachten. Und es bringt uns halt nichts, wenn dann die 300-Euro-Kassette nach 2000 Kilometern fertig ist, weil wir nur im Turbo fahren. Geht noch weiter, Leute. Es nimmt kein Ende hier heute. Es nimmt kein Ende. Zweimal Galfa Shark-Scheibe möchte er verbaut haben. Da bin ich tatsächlich persönlich gespannt, weil ich bin die Shark-Scheibe ja selber mit MT7 schon gefahren und da hat das Ding ja übel gerubbelt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das hier an dem Bike verhält. Der Kunde will die haben. Er kriegt sie. Aber ich bin einfach gespannt auf die Probefahrt. Genau. Gut, dann haben wir hier noch die passenden Adapter. Auch sehr schön die neuen Ergon-Griffe, die GDH. Die will ich tatsächlich dieses Jahr auch testen am E-Bike. Neue Griffe von Ergon. Extra für Downhill-Einsatz. Ich finde die aber gerade auch für harten Enduro-Einsatz eigentlich sehr gelungen. Werde ich dieses Jahr mal testen. Hier, ach ja, den passenden Vorbau zum Carbonlenker. Soll anscheinend auch alles ein bisschen stimmig sein. 35er Vorbau, also 35er Klemmung hier, weil der Carbonlenker auch eine 35er Klemmung hat. Einen neuen Steuersatz, weil der wohl hinüber ist. Ah, ich weiß warum. Ja, wir bauen ja hier diesen Vorbau um und das geht mit dem alten Steuersatz nicht. Warum das nicht geht, das zeige ich euch später. So, dann haben wir noch GALFA-Beläge. Zweimal die E-Bike-Variante. Ja, okay, und dann haben wir noch für die, er fährt ja aktuell die Magura MT5 und er hätte gern die HC3-Hebel verbaut. Auch zweimal, rechts und links. Und die werden wir ihm natürlich auch einbauen. Also, ihr seht schon, es gibt viel zu tun. Der Lotte hat Bock. Wie schaut es mit dem Kameramann aus? Geil! Geil! Ja, ist ein cooler Umbau, richtig geil. Der Kunde wird sich, denke ich, auch richtig freuen, wenn die Bude dann fertig ist. Und ich würde sagen, wir legen los, wird ein Zweiteiler. Wir machen jetzt einfach heute so lange, wie wir kommen an diesem schönen Tag. Und dann gibt es mal anders, einen Teil 2. Weil sonst wird es sehr, sehr lange dauern. So, Abfahrt, es geht los! Ich habe jetzt hier schon mal mir noch eine leere Kiste geholt. In die leere Kiste werden wir mal alle Teile reinschmeißen, die dann nicht mehr verbaut werden. Das ist natürlich jetzt, ich meine, das ist jetzt wurscht, wo man anfängt. Ich werde jetzt erst mal anfangen, Laufräder raus, Antrieb komplett demontieren. Dann machen wir die Federgabel raus. Den Dämpfer lassen wir erst mal drin. Der Dämpfer bekommt einen großen Service. Das schaffen wir aber heute eh nicht mehr. Deswegen lasse ich den erst mal drin. Dann ist auch der Hinterbau fest und kann nicht rumbackeln. Federgabel machen wir auf jeden Fall raus, weil wir den Steuersatz auch wechseln müssen. Aber Dämpfer, das wird too much für heute. Okay, also, machen wir erst mal diese bodenlose Kette runter. Dieses Schaltwerk ist einfach, ist doch komplett verbogen. Schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Schaltauge ist auf jeden Fall auch durch. Das ist auf jeden Fall auch schön verbogen. Also, können wir, ach, die Schaltung ist Schrott, alles weghauen. Schaltauge neu, Schaltung kommt weg. Hau ich dem Kunden zwar in seinen Karton, aber die ist fertig. Steht eh MX drauf, oder? Ja, MX taugt nix. Weg damit. Abzwicken! Diese Kette ist einfach schon richtig steif, ne? Also, du könntest einfach nur nicht einmal fahren. Schau, wie sie es haben. Aber, oh, hier ist das Kettenschloss. Ha, das Kettenschloss gefunden. Können wir das mit dem Kettenschloss auch. Meinst du, es geht noch auf? Also, werden wir jetzt gleich sehen, ob das noch aufgeht. Aber es ist voll geil, weil ich kriege keine schmutzigen, also, naja, schmutzige Hände schon, aber gehen auch. Aber keine öligen Hände. So, jetzt kann man die Kette hier irgendwie rausfummeln. Hier raus! Schaut euch das an! Das geht einfach nicht. Es ist zu fest. Es ist einfach zu gerostet. Oh, Alter! Die mussten wir eigentlich mitgeben, die Kette. Bodenlos! Und die Uhren hauen. Nein. Da habe ich tatsächlich mit dem Kunden vereinbart, dass wir die Hülle nicht demontieren. Er kriegt ja elektronische Schaltung, also würde man sich das hier ja schenken. Aber wir sind so verblieben, dass ich versuchen werde, die hier ein bisschen unter diesem Gummi zu machen. Und dadurch, dass es ja ein E-Bike ist, wir haben ja hier innen relativ viel Platz und auch noch einen zusätzlichen Führungskanal für ein Lichtkabel. Und ich werde tatsächlich versuchen dann quasi diese Schaltzug-Außenhülle im Rahmen quasi, die geht ja von hier unten hoch und dann legen wir die auf der anderen Seite einfach nach unten. Das heißt, wenn man das später trotzdem nochmal umbauen will auf mechanisches Schaltwerk, dann ist die Hülle noch im Rahmen und wir müssen jetzt komplett die Hülle neu verlegen. Weil die Hülle geht oberhalb vom Motor rein, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man sich anstellt, aber wenn man Pech hat, muss man den Motor ausbauen und das ist halt dann wirklich ein sehr großer Aufwand. So, dann können wir das Seil da gleich mal rausziehen. Wir müssen ja echt alles abbauen, ne? Lenker, Vorbau, Laufräder, also das Ding wird ja fast komplett zerlegt. Herr Lodder, wollen Sie mal Ihr T-Shirt erklären? Hätte, hätte, Fahrradkette. Das passt heute perfekt, ne? Ne, also wenn ein Kunde mit einem Anliegen kommt, dem ich nicht gerecht werden kann, dann sage ich immer, hätte, hätte, Fahrradkette. So, machen wir das Hinterrad gleich mal raus. Ich würde vorschlagen, wir zeigen euch jetzt hier nicht alles im Detail, wie ich das komplette Ding auseinanderbaue. Es gibt wirklich sehr viele Tutorials auf meinem Channel schon zum Austauschen der Kassette, zum Austauschen vom Kettenblatt am Motor und wir bauen ja jetzt hier aktuell wirklich nur auseinander. Deswegen würde ich einfach mal sagen, filmen wir euch das ein bisschen ab, machen euch ein bisschen chillige Musik dazu. Ihr könnt euch zurücklehnen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ding so gut wie komplett zerlegt ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ding so gut wie komplett zerlegt ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ding so gut wie komplett zerlegt ist. Jetzt zeige ich euch hier nochmal ganz kurz, was das Problem ist, warum wir den oberen Steuersatz nicht verwenden können. Und zwar ist es beim Cube Stereo oder so, der hat ja hier diese spezielle Spacer-Form, wo quasi der Spacer und der Vorbau so übereinander geht, diese Form. Also es sind ja keine typischen runden Spacer. Und wenn ich jetzt quasi diesen Vorbau verwenden will, dann funktioniert das mit diesen Spacern einfach nicht. Das ist das Problem. Das sieht dann einfach total bescheiden aus. Ja, man könnte jetzt hier gucken, ob es eine andere Top Cap von Acros gibt. Das war dem Kunden aber alles auch ein bisschen zu blöd. Deswegen habe ich gesagt, macht ihr generell, wenn wir jetzt über den gleichen gescheiten Steuersatz oben rein. Deswegen machen wir jetzt von Candy den 40er hier oben rein. Und der hat dann, sage ich mal, dieses ganz normale Top Cap, die hier oben rund ist. Da können wir runde Spacer verwenden und können dann auch diesen Vorbau montieren. Genau. Wir sind jetzt eigentlich schon relativ weit gekommen. Okay, der eine Kurbelarm fehlt noch. Das ist das kleinste Problem. Akku ist raus. Die Hülle von der Ansteuerung für den Dropper, die haben wir rausgezogen, weil die ist tatsächlich so fest da verlegt gewesen. Und wir müssen sie ja mindestens so weit in den Rahmen wieder reinziehen, damit überhaupt die neue Stütze reinpasst. Und da hast du einfach keine Chance, die dann wieder in die andere Richtung zu ziehen. Also wenn der Kunde irgendwann mal wieder einen Dropper mit mechanischer Ansteuerung haben möchte, dann kommst du nicht drum herum, den Motor auszubauen. Da bin ich mir zu 80% sicher, dass wir das nicht ohne Motor ausbauen hinkriegen. Und selbst wenn es ohne gehen würde, ist es schneller, den Motor schnell auszubauen und das dann sauber hier langzulegen, als sich das da irgendwie durchzufummeln. Genau. Aber, wie vorhin schon angekündigt, beim Schaltzugseil bzw. bei der Außenhülle, da ist nämlich jetzt genau das Ding, wo ich schon vorhin gesagt habe. Wir haben hier bei dem Stereo Führungskanäle und wir machen jetzt eigentlich nichts anderes. Wir gehen halt mit der Hülle einmal hier hoch und dann einmal wieder runter. Und dann müssen wir die, falls er irgendwann umbauen will, nicht komplett neu machen. Ich habe jetzt hier quasi die Schaltzug-Außenhülle, einmal, die kommt von hier unten hoch, macht jetzt hier eine Schlaufe und wir legen sie jetzt dann hier quasi einfach wieder zurück. Wir haben jetzt alles auseinander gebaut. Jetzt ist nur noch der Dämpfer drin, den wir ja servicen wollen, aber das habe ich ja schon gesagt, das muss ich nächste Woche dann mal machen. Das schaffen wir heute einfach nicht und der ist ja schnell ausgebaut. Wir haben jetzt hier in dieser Kiste alle Teile, die wir ausgebaut haben. Ja, gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ganz kurz vielleicht noch so ein paar Sachen, die interessant sein könnten. Diese MDRP-Scheibe ist ja grundsätzlich noch gut. Die hat jetzt noch eine Dicke von 1,85 Millimeter. Also die ist ja echt noch so gut wie neu. Wie dick sind sie, wenn sie neu sind? Ich glaube, die MDRP ist 2 Millimeter. Also der hat 1,5 Zehntel runtergebremst. Und was ist Minimum? Minimum müsste 1,5 sein. Also kannst du schon einiges runterfahren. Die kannst du auf jeden Fall auch noch fahren. Die müsste man halt jetzt mal schön sauber machen. Das meiste ist oberflächlich und ich meine hier die Bremsfläche, der Ross, der da ganz leicht drauf ist, der bremst sich weg. Da müsste man halt ein bisschen einbremsen, die Scheibe, und dann geht die wieder. Also die kann man auf jeden Fall noch fahren. Und auch ansonsten, ich meine der Lenker ist ja jetzt auch nicht schlecht. Die Sattelstütze funktioniert. Gut, den Steuersatz, den müssen wir jetzt noch auspressen. Das können wir euch vielleicht noch zeigen. Aber ansonsten so Sachen wie die Kassette, die ist fertig. Auch die Kette, ihr habt es gesehen, Feierabend. Also komplett einmal neu machen. Genau. Jo, auch hier jetzt. Wir fangen jetzt dann auch mal an, alles noch ein wenig sauber zu machen. Hier die Aufnahme vom XD-Freilauf sauber machen. Die Aufnahmen für die Sechslochbremsscheibe. Steuersatz reinigen. Allgemein jetzt, wenn der Rahmen so zerlegt ist, mal ein bisschen sauber machen, wenn wir jetzt eh schon drüber sind. Laufräder auf jeden Fall mal in Zentrierständer einspannen und nachzentrieren. Ich meine, das Bike ist ja auch zum normalen Service da. Also sollte auch dann, die Laufräder sollten dann auch wieder in Ordnung sein. Und dann können wir eigentlich mit der Montage der Neuteile beginnen. Und ich würde aber sagen, das wird einfach zu viel für dieses Video. Wir machen einen Teil 2. Der dürfte dann eigentlich auch relativ zeitnah kommen. Da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal jetzt viel Spaß. Wir werden den jetzt noch drehen. Und ja, also ich werde versuchen quasi Freitag, also je nachdem wann ihr es anschaut, aber eine Woche später kommt dann Teil 2, dass die Lücke nicht zu groß ist. Okay, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt halt noch ganz kurz Steuersatz auspressen und dann ist Feierabend für das Video. Dazu brauchen wir dieses Gerät. Können wir jetzt einfach hier einmal reinstecken. Da muss man auch gucken, ja nicht auf den Carbon schlagen, nur auf die Schale. Das war's schon. So schaut es aus. Cube verbaut hier, wie wir sehen, hochwertigste Plastiksteuersatzschalen. Ja, was soll ich dazu sagen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Plastikschale haltet. Okay, Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 I I I I I Untertitelung des ZDF, 2020